Hallo und herzlich willkommen bei den Tommis. Heute mal eine andere Location, heute ein anderes Video, heute kein Rezept. Wir zeichnen euch heute Einflussbauinspiration und was wir uns zugelegt haben. Und das wird einfach mal ein anderes Video. Aber vielleicht findet ihr wohl gefallen dran. Was wir machen? Ja, was machen wir Jok? Unterbunte Mischung. Wir fangen mit Gemüse an, wir machen Obst, wir machen Fleisch, alles. Das machen wir alles auf dieser Feuerplatte, das ist ein O-Führ-Trailer. Da machen wir wirklich eine Vielfalt, alles was zu grillen geht, kurz gebratenes Obst, Gemüse. Wir machen heute hier eine Feierlichkeit, eine Jugend war ist das hier. Und wir nehmen euch mit. Genau. Viel Spaß dabei. Also wir lassen jetzt die Platte schön heiß werden und dann müssen wir diese Wachsschicht, die hier oben drauf, die sich gebildet hat, oder die als Schutz drauf ist, die müssen wir runter machen. Deshalb brennen wir den jetzt frei. Ja, was kurzes zum O-Führer. Das ist eine 1,50er Feuerplatte mit 12 mm Stärke, Staubfächer, das ist das Holz, vorne und hinten. Teakholz, magnetisch, kann man abnehmen. Große Grillrost dazu, da kommt er mit drauf. Und ja, gibt es unheimlich viel Zubehör hier, oder? Ja, ohne Ende. Vom Spieß angefangen, Drehspieß mittlerweile schon. Ja, alles. Das ist echt ein Highlight. Das ist alles möglich in dem Gerät. Kann man richtig was machen, ja. Und ihr seht, wie er zieht. Er zieht wirklich nur von oben. Das zischt und faucht. Geht richtig nach vorne, ja. Also Aufheizphase enorm. Eine Stunde, kannst du sagen. Ja, circa. Das ist auch nicht heiß. Nee. Und das Feuer knallt ordentlich. Man sieht jetzt hier die Schicht, die ist jetzt freie Brand. Hat also wirklich lange gedauert, bis ihr die Hitze hatte, die wir brauchten. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir die Platte vorbereitet haben, dass wir sie benutzen können. Okay. Naja, ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Ja, ich werde es sehen. So, Jörg, du hast dich schwitzt. Ja, ein bisschen was es noch braucht. Ja. Die haben wir auch schon gut abgeliefert. Also haben wir wirklich reichlich zu tun ab. Ein bisschen Grill gehst du noch mal drauf. Und der Führerspieß, den haben wir auch noch drauf. Wir beenden jetzt den Tag für uns. Wir sind fertig. Alle sind glücklich. Ja, erfolgreich würde ich sagen. Genau. Alles verkürzt. Ja.